Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so eine Fritzbox 7590 zu Hause richtig einrichten kann, egal ob man einen DSL-Anschluss oder auch einen Glasfaseranschluss hat. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir eine Verbindung zwischen unserer Fritzbox und unserer Telefondose bzw. unserer Glasfaserbox herstellen. Ich habe noch einen DSL-Anschluss, weswegen ich jetzt auch einmal das entsprechend gekennzeichnete Kabel hier benötige. Und da nehme ich jetzt einmal die eine Seite, wo auch Fritzbox nochmal schön draufsteht und stecke sie mal hier links drüben in den grauen Eingang, wo auch DSL noch drüber steht, rein. Und die andere Seite, wo auch Telefonanschluss noch draufsteht, diesen gebe ich jetzt einfach mal hier in die Mitte von meiner Telefondose. In die zwei anderen Buchsen, also in die linke und in die rechte, passt dieser Anschluss übrigens nicht rein. Beim Einrichtung meiner Fritzbox mit einem Glasfaseranschluss ist der einzige Unterschied jetzt, dass ich ein anderes Kabel benötige, und zwar so ein Netzwerkkabel, was auch mit beim Lieferumfang dabei ist. Und dieses gebe ich jetzt mal hier in die Mitte bei meinem blauen Anschluss, bei meinem Warnanschluss hinein, bis es Klick macht. Und die andere Seite hier schaut genauso aus. Diese gebe ich jetzt einfach in meine Glasfaserbox hinein. Da gibt es normalerweise auch einen Eingang, der wohl richtig passt. Jetzt geht es bei beiden Varianten aber gleich weiter. Und zwar muss ich einen Anschluss zu meiner Steckdose herstellen. Hierfür dieses Kabel einmal nehmen und hier bei meinem Poweranschluss einstecken und dann anschließend auch noch den Netzadapter hier in meine Steckdose einfach mal hineingeben. Das sollte jetzt auch schon passen. Nun beginnen unsere Leuchten von unserer Fritzbox hier mal wild zu blinken. Und jetzt müssen wir einfach bis zu 30 Minuten lang warten, bis hier die WLAN-Leuchte und vor allem auch die Power- bzw. DSL-Leuchte hier durchgehend leuchten. Bei mir hat es gerade mal 5 Minuten gedauert und jetzt zeige ich euch noch, wie man Geräte mit unserem neuen WLAN hier verbinden kann und wie man vor allem auch zu den Einstellungen von unserer Fritzbox genau gelangt. Hierfür benötigen wir mal diese blaue Karte, welche bei unserem Karton drinnen ist. Da stehen jetzt auch noch hier unten lauter Kennwörter drauf und dann am besten noch einen PC bzw. Laptop, der wohl auf jeden Fall WLAN-fähig sein sollte. Oder man könnte die Einrichtung jetzt auch noch hier mit einem LAN-Kabel abschließen. Ich klicke bei mir also mal rechts unten auf das WLAN-Symbol. Anschließend gehe ich auch auf meinen WLAN, was hier übrigens noch auf meiner blauen Karte mit drauf steht. Also Fritzbox 7590FH und dann auf Verbinden. Normalerweise müsste ich jetzt noch hier einen langen Netzwerkschlüssel eingeben, den wo ich auch hier auf meiner blauen Karte gut sehen kann. Aber diesen Schritt habe ich davor schon gemacht. Normalerweise steht bei uns am WLAN jetzt verbunden da, wie es bei mir der Fall ist. Und danach öffne ich meinen Internetbrowser und gebe hier oben einmal fritz.box ein. Dann öffnet sich nämlich auch schon die Seite, wo ich mich an dieser anmelden kann. Wir werden jetzt natürlich nach unserem Kennwort hier gefragt. Das befindet sich übrigens auf unserer blauen Karte hier ganz unten. Das einfach mal in unsere Zeile hier abtippen und dann auf den Button Anmelden klicken. Der Haken bei Diagnose und Wartung ist gesetzt, weswegen ich auf OK hier einmal klicke. Und ich bin jetzt auch schon beim Assistenten, der mich bei der Einrichtung von meiner Fritzbox unterstützt, weswegen ich einfach mal auf Weiter klicke. Hier muss ich jetzt meinen entsprechenden Internetanbieter auswählen. In meinem Fall ist das die Telekom. Und hier hätte ich noch die Möglichkeit zum Beispiel, dass ich meine Zugangsdaten manuell angebe. Doch ich bleibe einfach bei Empfohlen, dass alles automatisch eingerichtet werden soll, weswegen ich wieder auf Weiter klicke. Wie du sehen kannst, befinde ich mich jetzt bei meiner Benutzeroberfläche von meiner Fritzbox 7590. Und hier links drüben habe ich noch ein paar Reiter, wie zum Beispiel hier bei WLAN Funknetz, wo ich noch etwas verändern kann. Also hier könnte ich meinen Namen vom WLAN ändern oder hier drüben links auf Sicherheit drauf gehen und dann mein entsprechendes Passwort abändern. Danach natürlich unbedingt auf Übernehmen draufklicken. Dann muss ich mich leider natürlich auch wieder mit all meinen verbundenen Geräten erneut anmelden. Und das Passwort sollte ich unbedingt auch irgendwo noch aufschreiben, nicht, dass ich es vergesse. Noch ein kleiner Tipp, falls du jetzt übrigens den WLAN-Namen und auch hier das Passwort genauso benennst, wie es bei deinem alten Router der Fall war, dann musst du dich bei den bereits verbundenen Geräten nicht erneut anmelden. Also zum Beispiel, wenn dein Smart-TV schon mal bei deinem alten Router verbunden war, dann wird dieser auch wieder automatisch WLAN haben. Aber natürlich hier unten wieder auf Übernehmen draufklicken. Und somit haben wir unsere Fritzbox 7590 jetzt auch schon richtig eingerichtet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so eine Fritzbox 7590 zulegen möchtest oder auch noch solche WLAN-Verstärker benötigst, um einfach das perfekte WLAN zu Hause zu haben, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellern zum relativ günstigen Preis. Und als Bestie bei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäft viel für fort. Wenn du dir also eins von diesen Brasilien zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.